Was wir so in den Hofberichterstattungsmedien kaum vor die Augen bekommen, darüber berichtet die Schweizer Weltwoche von Roger Köppel. Und das ist wirklich ein ziemlicher Hammer, nämlich es gab ja jetzt schon alle möglichen Files und Leaks, Twitter-Leaks. Und es kommt so langsam aber sicher ans Tageslicht, was eigentlich während der Mikroben-Pandemie alles so gedreht, vertuscht, verheimlicht und frisiert wurde. Und jetzt gibt es die Lockdown-Files und die beweisen, und zwar ist das eine Meldung aus Großbritannien, denn der ehemalige britische Gesundheitsminister Matt Hancock, der eben zu Zeiten der Pandemie das Sagen hatte, der ist aufgeflogen auf ziemlich unerfreuliche Weise, aus seiner Sicht jedenfalls. Und zwar hatte er einer Journalistin, die ein Buch über ihn, über die Corona-Zeit schreiben sollte, seine Handydaten überlassen. Also richtig intelligent scheint er auch nicht zu sein. Und sie schrieb also das Buch und lieferte gleichzeitig über 100.000 seiner WhatsApp-Nachrichten an den Daily Telegraph. Und diese Zeitung hat daraus ein ganzes Dossier gestaltet. Und jetzt kann jeder Mensch, wenn er möchte, nachlesen, was die Politiker hinter verschlossenen Türen wirklich über ihre eigene Politik dachten. Und die Lektüre belegt, die britische Regierung hat die Maßnahmen gegen Covid-19 ohne wissenschaftliche Belege verordnet. Aus einem reinen Machtrausch heißt es hier, oder um nicht hinter anderen Staaten zurückzustehen. Merkten sie, dass die Maßnahmen nichts brachten, hielten sie dennoch daran fest, um das Gesicht nicht zu verlieren. Ja, diese Dreistheit ist natürlich wirklich kaum zu fassen, wenn man darüber nachdenkt. Zumal es natürlich eine menschenverachtende Politik war. Und wenn ich mir vorstelle, dass dieser Gesundheitsminister von England diese Geschichte eben halt noch so intern auch noch kommuniziert hat mit seinen, wen auch immer, Partnern oder für wen er da auch dienend tätig war. Aber dazu kommt dann eben halt noch die Dummheit, dass er diese Daten dieser Journalistin zur Verfügung gestellt hat. Also da sind wir natürlich ganz froh, dass wir einen intelligenten Gesundheitsminister, Herrn Lauterbach, haben. Dem würde so etwas mit Sicherheit nicht passiert. Das sieht man schon an dem messerscharfen Blick, den er austrägt. Aber Lauterbach, Andreas, der ist ja zum Schluss erst Gesundheitsminister geworden. In der Verantwortung steht der Herr Spahn. Der hat ja jetzt schon sein Buch sinngemäß so genannt, dass wir uns noch viel gegenseitig vergeben müssten. Ja, ich denke mal, da muss er noch ein bisschen umdenken. Das heißt, wir müssen uns nicht gegenseitig etwas vergeben. Wir müssen auch ihm überhaupt nichts vergeben. Sondern er gehört natürlich, wie viele dieser Politiker, dieser Gesundheitsminister von England gehört ja auch dazu, jetzt theoretisch doch vor ein Gericht gestellt. Oder habe ich da was falsch verstanden? Ein Rechtsstaat muss doch, wenn er durch die Staatsanwaltschaft vertreten wird, sofort reagieren, wenn hier wieder besseren Wissens, reine Machtrauschinteressen durchgesetzt worden sind. Obwohl man ja auf den Staat eingeschworen ist, den Schaden vom Volk jederzeit fernzuhalten. Das ist ja ein ganz klarer Bruch. Jetzt müsste er ja vor ein Gericht gestellt werden. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Rechtsstaatlichkeit in der ganzen westlichen Wertegemeinschaft mittlerweile komplett den Bach runtergegangen ist. Deshalb brauchen wir auch diese Neuordnung. Und es war natürlich letztendlich aus meiner Sicht ein wirklich moralisches Verbrechen gegen die Menschen, in dem man wirklich ganz klar eine Agenda aufgelegt hat, wie man propagandistisch das gesamte Volk, in diesem Fall geht es um das deutsche Volk, ausgelöst durch das Bundesinnenministerium unter der Leitung von Herrn Seehofer, der damals Bundesinnenminister war. Und derjenige, der das damals aufgedeckt hatte, das war ein Herr Kohn, der war für die kritische Infrastruktur in der Bundesrepublik zuständig und hat gesagt, wir zerstören unser Land mit einer unglaublichen Dramatik. Der gesamte Mittelstand wird den Bach runtergehen. Er ist mehr oder weniger dann aber von seinen eigenen Behördenleitungen abgewehrt worden, hat dann mehrere Wissenschaftler aus aller Welt obersten Grades zusammengetrommelt und hat ein großes Gutachten darüber geschrieben, über dieses Papier. Und er ist dann entlassen worden, einfach entlassen worden. Und im Nachhinein hat er recht gehabt. Das ist ein Verbrechen. Ich denke mal, das müsste auch juristisch zu ahnen sein. Moralisch, ethisch ist es auf jeden Fall ein Verbrechen. Und diese Politiker laufen alle noch frei rum. Das ist eben ganz wichtig. Und ich erwarte immer noch, wenn nämlich die Wahrheit jetzt immer mehr an den Boden, immer nach oben kocht mehr, dass jetzt auch irgendwann Gerichtsprozesse in Gang kommen werden. Die werden nicht auf Dauer rumkommen. Andreas, und dieses Schadausmaß ist aber überhaupt nicht zurückgenommen, sondern stetig und ständig, wie tatsächlich hier auch beschrieben in dem britischen Artikel, in einem Machtrausch gesteigert worden. Ja, und das war genau das Ziel im Hammer and Dance. Das heißt, wenn also beispielsweise entspannende Faktoren wissenschaftlich nachgewiesen werden, dann darf man die auf gar keinen Fall zulassen, um die Maßnahmen gegen das Volk wieder zu lockern, sondern entsprechend Gegenmaßnahmen wieder zu führen, um die Menschen in Angst zu halten und weiterhin in diese zerstörerische, zum Beispiel in Europa, Deindustrialisierung, da wieder respektive Deutschlands, regelrecht reinzutreten. Und das ist also mit Vorsatz, das ist also nicht irgendwie, dass da fehlargumentiert wurde und dass man sich geirrt hatte und keiner konnte es wissen und wir haben nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Nein, die Beweislage sieht ganz deutlich so aus, dass eine Agenda vorlag und die gesamten Politiker-Kaste diese Agenda abgearbeitet haben. Und wenn sie es tatsächlich nicht gewusst haben, dann haben sie einfach nicht hingeguckt und sind ihrem Job nicht einmal im Ansatz überhaupt gerecht geworden. Die Schlussbemerkung in der Weltwoche, anzunehmen, dass es nur in Großbritannien zulief, wäre naiv. Denn wenn es im Königreich keine wissenschaftliche Basis für Maßnahmen gab, warum dann anderswo? Ja, das ist ein Schlag ins Gesicht der Menschheit und das ist immer wieder schwer nachzuvollziehen, wie viele Menschen trotz oder wieder besseren Wissens, jeder kann das lesen, jeder kann das herausholen, jeder kann das auch beweisbar im Prinzip nachvollziehen und trotzdem gibt es noch genügend Menschen, die sagen also, nein, nein, ich lasse mich auch noch weiter da entsprechend behandeln. All diese Dinge spielen da ja auch mit rein und ich frage mich, wie weit kann man Menschen dermaßen runterdrehen in eine Stumpfheit, dass sie tatsächlich wirklich völlig beratungs- und erkenntnisresistent werden? Wirtschaftswissenschaftler, die sagten, wenn ihr das alles macht, dann droht ihr ein absolutes Chaos und der wurde rausgepfeffert und die Wissenschaftler wurden mit einem Bann belegt. Das ist die typische Maßnahme, die man natürlich macht, dass die Medien mehr oder weniger mittlerweile so auch als Bluthunde der Regierung arbeiten. Das muss man ganz deutlich sagen. Das ist nämlich genau, ich glaube, der richtige Begriff. Die werden nämlich regelrecht gejagt, diese Menschen, die eine eigene Meinung haben und die werden, so wie man sie früher an den Pranger stellte, heute werden sie wieder an den Pranger gestellt. Das galt zwar nicht, aber man hat das irgendwie versucht zurechtzubiegen, was nicht funktionierte. Und obwohl alle mittlerweile wissen, dass es die Unwahrheit war, dass es eine Lüge war vom System, trotzdem bleibt das Narrativ stehen. So funktioniert eben halt der Autoritismus oder Autotalitarismus, so ist es richtig.